Gott schenke dir Gesundheit. Grüß dich. Grüß dich. Ja, Kohle, die Parierstange. Und Bier. Wir können anfangen. Gut gemacht. Packen wir es an, Junge. Gut gemacht. Alles klar. Dann lass mal sehen, was der Meister in Sasau da für uns gemacht hat. Hm. Sieh dir das mal an, Junge. Das ist echte Handwerkskunst. Was bedeutet diese Gravur? Wenn ich das wüsste. Könnte Latein sein, aber sicher bin ich mir da nicht. Ja, Ratz, ich wollte es so. Ja, das wird das schönste Schwert meiner gesamten Schmiedjahre. Hast du die Holzkohle? Gut, heize die Äße an und dann setzen wir alles zusammen. Ach, übrigens, mir hat jemand einen Besuch abgestattet. Und ich vermute, du weißt ganz genau, warum. Nein, weiß ich nicht. Wirklich? Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass du und deine Freunde Dung auf das frisch gesäuberte Haus des Deutschen geworfen habt. Er war vorhin mit dem Büttel hier. Und das war kein Freundschaftsbesuch. Was ist denn in dich gefahren? Dieser Deutsche hat Unfug über Sigismund und den König rum erzählt. Er hat bekommen, was er verdient hat. Bekommen, was er verdient hat, ja? Du wirst diese Sauerei beseitigen, hörst du? Und dich bei ihm entschuldigen. Ich muss hier ein Geschäft führen und der Deutsche zahlt verdammt gut. Dass du so einen Mist baust, hilft mir nicht wirklich weiter und dem König am wenigsten. Verstehst du? Ja, klar. Sag's mir ins Gesicht. Hast du verstanden? Ja, verstanden. Gut, dann werden wir so ein Gespräch nie wiederführen. Also hältst du es für richtig, unseren König in den Dreck zu ziehen? Und so machte sich der Junge zum Narren und zeigte, dass er seine Lektion wohl immer noch nicht gelernt hatte. Der Deutsche redet also Unfug. Na und? Willst du deshalb zu einem Verbrecher werden? Du magst einen Kampf vielleicht mit Gewalt gewinnen, aber niemals einen Streit. Merk dir eins. Wenn du jemanden überzeugen willst, dann nur mit Worten, nicht mit Fäusten. Der Ofen ist soweit. Gut, dann machen wir den Griff. Ich bringe es zum Glühen und wenn ich es rausnehme, setzt du den Griff so auf, dass er passt. Aber das kennst du ja alles schon. Dann mal los. Gut. Einmal noch. Das war's. Fertig. Schleif ihn ab, bis er gut in der Hand liegt. Ich bereite die Parierstange vor. Vater, wieso hast du Prag verlassen? Ich hab noch nie von einem Meisterschmied gehört, der einem kleinen Kaff-Hufeisen herstellt. Ich hatte meine Gründe. Und hier hab ich deine Mutter und dich. Warum sollte ich woanders hinwollen? Erinnerst du dich noch an König Karl? Natürlich. Ein gutes Leben während seiner Herrschaft. Besser als jetzt? Er errichtete halb Prag und jede Menge Burgen, baute eine Brücke über die Moldau und gründete eine Universität. Und das alles ganz ohne Krieg. Er wusste, wie man regiert. Besser als Wenzel, ja? Ja, bei weitem besser. Aber Wenzel, er hat es nicht leicht. Es ist schwer, in die Fußstapfen von jemandem zu treten, der vielleicht alle tausend Jahre nur einmal geboren wird. Und was ist mit Siegesmund? Denkst du, Karl wäre wie Siegesmund mit einer Armee in sein eigenes Land eingefallen? Nein. Wenzel mag seinem Vater nicht ebenbürtig sein. Aber Siegesmund, der entehrt die königliche Familie. Wie kommst du voran? Gib mal her. Jetzt setzen wir alles zusammen. Es ist wundervoll. In der Tat, das ist es. Gott segne euch. Mein Vater schickt mich wegen der Nägel. Guten Tag, Theresa. Sie liegen bereit. Würdest du sie bitte holen, Heinrich? Sie liegen in der Truhe in der Stube. Heinrich, geht's dir gut? Wille, und ich habe Sie ges Nachtenzoll? Boah! Sog. Vielen Dank. 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 Die Ehre ist ganz meinerseits, Herr Ratzig. Danke für die Gastfreundschaft. Eine lange und... weißt du, zuerst will ich die Welt sehen, und... UNTERTITELUNG Hör mir zu, Junge. Hör mir gut zu. Nimm das Schwert, geh ins Haus und hol alles Wichtige aus der Truhe und dann lauf zur Burg. Beeil dich. Was ist mit dir? Deine Mutter ist noch im Dorf. Ich werde sie holen und dann kommen wir sofort nach. Ich komm mit. Nein, du tust, was ich sage. Keine Widerrede. Gepern rat sich das Schwert. Er kümmert sich um dich, falls uns was zustößt. Er steht in meiner Schuld. Oh, mein Gott. Schlepper. Wir müssen das Tor schließen. Macht schon. Wir schließen das Tor. Bewegt euch los, Leute. Kommt schon. Uns freut die Zeit davon. Heinrich. Gott sei Dank. Macht, dass du reinkommst. Wir müssen die Tore schließen. Bewegt euch, Leute. Na los. Pass für mich darauf auf. Bis du fahren sie nicht. Du kannst nicht zurückgehen. Wir müssen los. Wir müssen los! erness, fertig, goh! Oh! Nein! 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 Bitte nicht! Oh Gott! Es ist gut, es ist gut! Sei kein Narr, Heinrich! Komm zu uns! Schnell! Es gibt nichts, was du noch für sie tun kannst! Mach schon, Heinrich! Du kannst es immer noch schaffen! Now! Schnapp dir ein Pferd und reite nach Talberg! Sag ihnen, was kommt! Du musst sie wärmen! Lauf den Burgraben runter! Den Weg entlang! Springt von der Mauer und verschwindet von hier! Ja! 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 Ja!